Nina Lotta Da muss man dabei gewesen sein Der Podcast Hallo und herzlich willkommen zur 129. Folge des Grandiosen Podcasts Da muss man dabei gewesen sein dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond Einen wunderschönen guten Tag Mein Name ist Nina und mir gegenüber sitzt Lotta Wir machen diesen Podcast hier jetzt schon zum 129. Mal Heute ist das 129. Mal Weil uns irgendwann mal aufgefallen ist dass Leute immer wieder in Situationen geraten in ihrem Leben in denen sie einfach nicht wissen, was sie sagen sollen In diesen Situationen sollten sie gar nicht sein und sie wünschen sich aber etwas sagen zu können und wir füttern euch hier euren Kopf mit Inhalten für genau diese Situation Denn wir erzählen hier die besten Kurzgeschichten, Anekdoten, Funfacts Wissenswertes aller Art Und das könnt ihr dann einfach in diesen Momenten droppen um unliebsame Stille durchbrechen zu können Das mal in Kurzform als unser Konzept Außerdem ist das hier ein Motivationspodcast Außerdem ist das hier ein Ein Business Podcast Life Coaching Man kann eigentlich sagen Wir sind ein Podcast für alle Probleme Einfach reinhören Ja Und heute 129. Mal Was geht ab, Lotta? Ja, also Ich habe jetzt ganz viele Gespräche Ich bin ja immer an der Apotheke Da habe ich jetzt natürlich ganz viele Gespräche Also zum Arbeiten In der Apotheke Genau Über Wetter Das ist ganz, ganz oben Bist du nochmal glatt geworden Das hatten sie nicht angesagt Das hat nochmal so viel Schnee runterkommt Und da bin ich die Dorfstraße runter All glatt Und bin ich mit dem Auto Und da kommst du nicht voran Kommst du nicht voran Und das sind so die Gespräche, die ich führe Also ich merke so das Wetter, das polarisiert Wir haben jetzt hier in Chemnitz nochmal Wir haben so eine Außentemperatur von so minus 4 Grad Würde ich jetzt mal sagen Schnee liegt wieder Absolutes Glatteis Wir hatten einen kleinen Niederschlag Und danach sofort Kälte Klar, die ganzen Straßen sind gefroren Da war ich einmal drin irgendwo Bin raus Und da lag eine fischste Schneedecke Altes klubste Korne Aber reden wir jetzt ein Also wir machen jetzt die gesamte Podcast-Folge Geht's ums Wetter Geht's so nur ums Wetter Und vor allem das Wetter in Chemnitz Ja, ich habe mich nur daran erinnert Das wollte ich eigentlich vor ein paar Podcast-Folgen erzählen Jetzt wo Schnee liegt Da musste ich wieder dran denken Wir haben ein kleines Event gemacht Dieses Jahr Und ich wollte das unseren Podcast-Hörerinnen Ans Herz legen Weil ich fand das super smart Wir hatten eine Freundin Wir haben eine Freundin Die musste an Weihnachten arbeiten Also die hat einfach einen Job gehabt Da hat sie an Weihnachten nicht frei bekommen Und hat einfach gearbeitet Und sie war so wie Ey, das ist jetzt nicht übelst schlimm für mich Aber an sich hätte sie auch gern Weihnachten gefeiert Und da haben wir dann so innerhalb der ersten Ein, zwei Januar-Wochen gesagt Hä, dann lass doch einfach Weihnachten nachfeiern Und ich bin ja ein Riesenfan von Events Von Themen und so weiter Und war natürlich so Geil Thema Weihnachten Ich hole nochmal die ganze Deko vom Dachboden Und dann dachte ich so Okay Wenn ich es jetzt durchziehe Dann brauche ich eigentlich auch einen Baum Aber da ich jetzt natürlich mir keinen Baum kaufe Oder keinen Baum hatte War ich so Ah fuck, wo kriege ich den jetzt her Ist ja wie ein Pop-Up-Event gewesen Nur einen Abend Und dann dachte ich so Hä, na klar Weil ja alle Leute Also zumindest hier in der Straße, wo wir wohnen Haben alle Leute ihre Weihnachtsbäume aus dem Fenster geworfen Für lau Auf der Straße Pures Geld Da lagen die Bäume einfach rum Da konnte ich wie beim Shopping Konnte ich da lang gehen und gucken Welcher gefällt mir Bei welchem haben noch nicht so viele Hunde Ich wollte gerade sagen Das ist ja die absolute Hunde Markierparadies Ja, aber ich habe einen Baum gefunden Das war sehr, sehr gut platziert Der ist wie in so ein kleines Innenhof Ding gefallen Wo ein kleiner Zaun drumrum ist Wo keine Hunde hin können Das habe ich gesehen Und war so wie Ah, du, du bist es Du bist es Hombre You and just you Dich nehme ich mit nach Haus Jedenfalls habe ich dann gesagt You and just you Du kommst mit mir nach Hause Und habe den mitgenommen In einer Nacht- und Nebelaktion Ich habe mich trotzdem gefühlt Als würde ich was klauen Obwohl es ja Es lag ja Frei verfügbar Auf der Straße Und dann haben wir einen Abend Komplett Weihnachten gemacht Und das war übelst geil Weil vor Weihnachten Machen ja alle Weihnachten Also alle machen ja Weihnachten Am gleichen Tag Ja Deswegen hat man dann den Einkaufsstress Die ganzen Kaufhallen sind voll Die Kaufhallen sind nur bis 14 Uhr offen Und man muss so Ah, fuck Ich habe was vergessen Nein Wie viel muss ich einkaufen Wie kann ich nochmal gehen Es ist übelst voll Und dann war ich so Wie geil ist es denn So am, keine Ahnung 12. Januar gefühlt Einfach nochmal Weihnachten zu machen Ich bin in die Kaufhalle Es war komplett leer Gab aber bestimmt viele Die Weihnachtsartikel Die Weihnachtsartikel waren runtergesetzt Jawohl Aber dann lass es doch einfach Generell immer anders feiern Ja Habe ich nämlich auch gedacht Oder mehrere Male Also klar fühlt sich dann Man hat dann wie schon Wie so eine Art Lebensjetlag Weil man so das Gefühl hat Hä, ist jetzt Weihnachten Wann ist Silvester und so Aber an sich Ich fand das so geil Und dann habe ich richtig so Plätzchen backen Nochmal ein komplettes Weihnachtsgericht Auch mit Klößen und allem Und das gab es ja alles Noch in der Kaufhalle Bloß halt billiger Es wollte keine Sau mehr Außer mir Kaufhalle Übrigens Ist glaube ich Und der Kofi Kaufhalle ist glaube ich So ein Ostding Ja auf jeden Wir haben letztens mit einem Mensch gesprochen Der aus dem Westen Haben wir gesprochen Und er hat mich gefragt Was ich meine mit Kaufhalle Er hat gesagt Entschuldigung Meinst du den Marktkauf Was ist eine Kaufhalle? Er hat gesagt Supermarkt Nee Wir haben erst mal gesagt Er hat gesagt Entschuldigung Was ist eine Kaufhalle? Und wir haben gesagt Hä, ne Kofi Verstehe ich die Frage nicht Ne Kofi Ja, Kaufhalle ist bei uns Der Supermarkt Genau Und das fand ich War so geil Weil wir haben dann wirklich so Auch richtig Nochmal Die Klamotten Und eine Freundin von mir Zum Beispiel hat auch gesagt Ah schön, da freue ich mich Ich hatte mir für die Feiertage Nämlich ein paar Outfits Zurechtgelegt Und ich konnte die gar nicht alle tragen Da hat sie sich auch nochmal gefreut Könnte nochmal so ein paar Festtags Outfits rausholen Rot-Grün war natürlich die Kombi Klar, da gibt es bei Weihnachten Ein ganz klares Farbschema Das fand ich so geil Und das lege ich wirklich Leuten ans Herz Die Bock haben Vielleicht, ne Weil für manche ist es ja auch einfach nicht geil An Weihnachten Manche quälen sich zu ihren Familien Obwohl sie mit denen nicht so richtig klarkommen Und dann einfach zu sagen Ey, ich mache mir jetzt aus Mit den Leuten, die ich richtig gern habe Nochmal einen anderen Tag Und da feiern wir halt unsere Weihnachten Das fand ich irgendwie ganz geil Also so dieses Zusammenkommen Und was geiles snacken Und sich ein bisschen gemütlich machen Ja Auf jeden Ich war Das ist ja Apropos Erzgebirge Weihnachten kommt aus dem Erzgebirge Weihnachten ist gleich Erzgebirge Ich habe eine sehr schöne Geschichte Ist mir zu Ohren gekommen Und die hat stattgefunden Hier in Chemnitz Und im Erzgebirge Sag ich mal Im Erzgebirge gibt es Schrägstrich gab es Eine volkstümliche Musikgruppe Und zwar Die Randfichten Ah ja Früher noch Der Randfichten Ne Sächsisch Der Randfichten Haben irgendwann mal das Der vorne weggenommen Und die Randfichten Haben 2003 einen Song veröffentlicht Den wirst du kennen Und zwar ist das eine Version Ist es Lebt denn der alte Holzmichel noch? Es ist eine Version eines Volksliedes Das es eigentlich schon gibt Ja Die haben sich jetzt nicht Die kompletten Lyrics ausgedacht Oder so Und das ist Lebt denn der alte Holzmichel noch? Ach ja, hatte ich richtig Genau Und diese Musikgruppe War eigentlich immer so Die machen Also das ist so Das war eher so Im Erzgebirge ein Ding Sag ich mal Lebt denn der alte Holzmichel noch? Und mit diesem Song Haben sie es aber geschafft Auch über die Grenzen Des Erzgebirges hinaus Bekanntheit zu erlangen Weil Dieser Song Der erfreute sich Unglaublicher Beliebtheit Weil Lotte hat schon angesungen Es ging immer Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch? Holzmichel noch? Lebt denn der alte Holzmichel noch? Ja, er lebt noch So smart Ne, lebt er denn noch? Oder so Und dann kommt Dann muss man Dann muss man nämlich Seine Arme In die Höhe reißen Also das Publikum Die Zuhörerschaft Wurde in diesem Song Wirklich mit eingebunden Und es kam dann Ja, er lebt noch Er lebt noch Er lebt noch Ja, er lebt noch Er lebt noch Stirb nicht Und das war Deswegen waren die Leute so Ey, Alter, ich kann mitmachen Arme nach oben Reißen bei Ja Und das wurde dann Im diversen Winter-Skigebieten Auch bei irgendwelchen Wettkämpfen Und sowas Gesungen Der ist jetzt auch gerade Aus irgendeiner übelst staubigen Ecke Meines Gehirns wieder hochgekommen Ich hab den Wir kannten Ich kenn den einfach Ja, wir kenn den Man kennt den Und auf jeden Fall Wurde das Lied dann Zum meistverkauften Deutschsprachigen Single Des Jahres 2004 Wow Also er wurde 2003 Released Vom 16. Februar Bis Vom 16. Februar 2004 Bis zum 7. März 2005 War er insgesamt 56 Wochen In den offiziellen Verkaufscharts Vertreten Und zählt damit Zu den erfolgreichsten Deutschen Singles Überhaupt Wow Also Bis unser Blondalbum Dann natürlich rauskommt Und das ablöst Genau Und Ich hab's gerade schon gesagt Also da war ein unglaublicher Bänger auch außerhalb Der Volksmusikszene Vorher war das immer eher so Naja Die haben irgendwas So Ich kannte das Und wusste auch Okay, das ist hier sowas Regionales Ja Aber ich glaube Das ist ein Song Ich weiß nicht, ob die Leute mir zustimmen Aber den kennen viele, viele Auch Nicht nur die Sachsen Echt? Ja Erlebt doch Okay, ich hoffe Da könnt ihr uns gerne mal Feedback geben Doch, weil Die traten als erste Ja Volkstümliche Musikgruppe In den Sendungen Top of the Pops auf Und bei The Dome Bei The Dome Bei The The Und vom Markt Haben viel Merch auch verkauft Und unserem Anderen auch so ein Holzmichelräuchermännchen Und so Ähm Das war quasi ihr Aus dem 80er Berg Ihr Holzmichelsong War Einfach Der krasseste Der krasseste Hit Von dieser Band Ähm Und Hier in Chemnitz Gibt's ein Stadtmagazin Mhm In diesem Stadtmagazin Hab ich auch mal Praktikum gemacht Nach dem Abi Ähm Es gibt nicht so viele Stadtmagazine Es ist relativ leicht Das rauszufinden Was für ein Stadtmagazin Das gewesen ist Das ist Sie machen so Ich weiß nicht Wie hoch die Auflage ist Aber das ist Auf Chemnitz bezogen Mhm So ein ganz kleines Das passt quasi in die Arschtasche So ein ganz kleines Stadtmagazin Pocket Ähm Da sind Veranstaltungstipps drinne Und so Kino-Tipps Ja Äh Was geht ab in Chemnitz W-w-w-was geht Aber auch Redaktionelle Beiträge Auch Interviews Alles mögliche Und im September 2004 Ja Also dieser Song Der erfreute sich großer Beliebtheit Aber Wo Fans sind Sind auch Hater Wir wissen's Wir wissen's ganz genau Man kennt's Und in der September Ausgabe 2004 Im Stadtmagazin In Chemnitz Ähm Hat das Heft dazu aufgerufen Den Holzmichel zu töten Ähm Und Da stand einfach Ja tötet den Holzmichel Und das war so eine Seite So In diesem In diesem Heft Alter was so eine gute Idee Wo dazu auf Na weil die waren so wie Oh mein Gott Bitte Er lebt immer noch Bringt den um Tötet den Der lebt immer noch Weil in diesem Volkslied Ähm So wie ich das verstanden hab Ähm Geht's darum Dass es jemandem nicht gut geht Und Und Da wird immer wieder gefragt Lebt er denn noch Und dann Ja er lebt noch Also er schafft's immer Oh Gott das ist auch irgendwie Ganz schön düster Und deswegen War das dann nochmal Also haben sie geschrieben Tötet den Holzmichel Wirklich Ähm Daraufhin wurden auch Wurde zu Tötet den Holzmichel Als Gegenbewegung Eigentlich wurden Shirts produziert Es gab Flyer Und so So was Plakate Ähm Und du weißt Gibt's davon noch Merch Alter Diese ganze Also das Stadtmagazin Befand sich Im Erdgeschoss Ähm Und Ich erinnere mich Natürlich Die Der Randfisch Da haben eine extreme Fanbase Mhm Und es gab dann Von Fans Wenn es auch nur Es waren vielleicht so vier Fünf Leute Aber Die Hard Der Randfisch Fans Haben unter anderem Vor diesem Stadtmagazin Im Erdgeschoss Da haben die Leute Darin gearbeitet Und haben draußen Eine Demo gemacht Gegen dieses Fünf Leute Es werden nicht mehr Gewesen sein Gegen diese Tötet den Holzmichel Kampagne Gegen diesen Aufruf Ja Und da Waren da immer so Demos Mhm Wo ich mir dann so vorstelle Okay da sitzt jemand drinnen Und schreibt so ein paar Veranstaltungstipps Und genau Es ist so Spätsommer Und draußen so Er lebt noch Ja Und Auch Der Randfichten An sich Fanden das gar nicht so toll Fanden Und die haben dann Das wurde medial Auch aufgearbeitet Haben sie Mit einem Unterlassungsverfahren Gekontert Was Ich will so ein Tötet den Holzmichel Und dadurch dass das Ja medienwirksam Also öffentlich stattfand Dieses Unterlassungsverfahren Oder diese Dass die Randfichten gesagt haben Es geht uns zu weit Wurden natürlich noch mehr Die Nachfrage nach diesen Shirts Und Und anderen Produkten Von Tötet den Holzmichel Wurde dadurch Natürlich nochmal Ordentlich angekurbelt Und dann saßen die vor Gericht Die Randfichten waren jetzt nicht direkt da Alter das wäre so geil Aber ein Anwalt Und der Chef von einem Stadtmagazin In Chemnitz Ja Und die Frage war Weil die haben gesagt Hey wir haben nichts gegen Satire Wir haben nichts gegen Humor Aber Wir sind die Randfichten Nichts Hey wir sind Ferner Hey Wir sind Wir sind doch selber witzig Ich meine dieses Volkslied ist doch selber ein Gaudi Deswegen Wir sind hier nicht gegen Humor Aber Aber Wir möchten bitte Dass hier dieses Markenrecht geprüft wird Weil Holzmichel ist von uns ein Begriff Den wir quasi Den darf niemand anders für Werb Also als Als gewerblichen Die haben das Lied auch nur Habe ich auch gedacht Den darf niemand anders Benutzen Um Shirts zu verkaufen Wo das draufsteht Ihr dürft gerne in eurem Zeitschrift darüber schreiben Aber Ihr dürft kein Merch mit dem Ding rausbringen Und da ging es dann halt in einem Gericht los Das ist natürlich sehr schwer Zu klären Wer hat das Recht An dem Wort Holzmichel Das gehört das jetzt jemandem Weil eigentlich gibt es dazu Volkslieder Auf der anderen Seite Kann man dazu nicht ein paar Nachkommen Vom Holzmichel befragen Und Ob das jetzt gegen das Marken- und Urheberrecht Verstoßen hat Das bleibt für immer ungeklärt Weil es wurde sich dann einfach geeinigt Im Gericht Mit einem Vergleich Der Chef Von dem Also der Geschäftsführer Von dem Magazin Darf weiter zum Mord am Holzmichel aufrufen Geil Aber er darf keine T-Shirts Schlüsselanhänger Tassen Irgendwas verkaufen Vielleicht finden wir trotzdem noch Ja alter Ich möchte eins Und wenn er Wenn er dagegen verstößt Der Geschäftsführer Gegen diese Abmachung Dass er halt keine Schürze und so mehr macht Muss er 5.001 Euro Vertragsstrafe zahlen Wo kommt denn der eine In Ahnung Weirder Ja weiß ich nicht Und zwar an die Mozart-Gesellschaft In Chemnitz Und da hat er Der Geschäftsführer Im Gericht gesagt Naja Wenigstens was mit Musik Und man muss Dazu sagen Und das ganze Gericht so Man muss dazu sagen Dass während dieser gesamten Zehn Verhandlungen Auch im Gerichtssaal Beinharte Dranfichten Fans saßen Die Shirts an hatten Wo drauf stand Lebt der alte Holzmischel noch Hinten dran Ja er lebt noch Er darf nicht sterben Oh Gott Und die haben sich auch Extra Merch gemacht Wo dann Wo sie quasi Während dieser Gerichtsverhandlung Die ganze Zeit So ein Fanclub Weißt du so Ja Da waren auch mehrere Generationen Also Mutter und Sohn Mit so Puppen Vom Holzmischel Also so Merch Puppen Von so ein kleiner Holzmischel Auf dem Schoß Und so Also das muss ja ausgesehen haben Wie so eine Kasper Veranstaltung Oder so Weil da einfach Fans im Publikum saßen Mit der Anwalt Der Anwalt vom Holzmischel Hat so eine Fingerpuppe gehabt Und hat immer so So bauchrednermäßig Na und der Der Anwalt hat auch gesagt So ey sorry Weil die wollten natürlich auch Der Randfichten sehen Und wenn jemand was von Randfichten sagt Dann Wuhu Rupsi Ich glaub da hieß so Ne Rupfi Rupfi oder Rupsi Hieß einer Rupfi Ich hab keine Ahnung Wie die heißen So ja Du sagst es So Aber der Anwalt Hat die Band Entschuldigt Weil die gerade Einen neuen Song Geschrieben haben Stereo Konnte nicht kommen Aber das Fand ich sehr lustig Ist sehr interessant Ja Und wer weiß Ein paar Jahre später Hab ich dort Ein paar Jahre später Über zehn Jahre später Hab ich dort Praktikum gemacht Und ich Da war ich ein bisschen Traurig Dass ich damals Nicht schon fort war Und da am Fenster Gesessen hab Gerade Weißt du Gedank verloren In meinem Laptop Und so ein bisschen Geschrieben Und so ein bisschen Einfach So ein bisschen Einfach Wenn da vorne ein T-Shirt Auftaucht Und dann links So eine Demo Mit so Schildern Und so Aber nur so vier Leute Das ist übelst geil Und ich möchte so ein T-Shirt Haben Tötet den Holzmichern Ich will's haben Ist einfach Man merkt wirklich so Chemnitz Die Dinge passieren einfach Die Ereignisse Überschlagen sich Und genau aus diesem Grund Hab ich gedacht Führe ich eine neue Kategorie ein Ja Und das ist die neue Kategorie Das geht ab In Chemnitz Und zwar Nina Jetzt erst Vergangene Woche passiert Wenn der Podcast rauskommt Vor ein, zwei Wochen In Chemnitz Ist gegen elf Aus einer Koppel In Rörsdorf Eine Gruppe Pferde Ausgebüxt Nein Zehn Pferde am Stück Haben es geschafft Zu entkommen Und sind dann In Chemnitz Wir haben so eine riesige Stark befahrene Straße Und da sind die Pferde Wir haben Runter Wir in Chemnitz Ich weiß nicht Ob ihr das in anderen Städten kennt Aber wir haben eine riesige Stark befahrene Straße Eine riesige stark befahrene Straße Lasst euch das mal bitte gesagt sein Und da sind dann Zehn Pferde Und die hatten so Also Die hatten so Däckchen an Das sah wirklich aus Als hätten die Pferde sich gesagt So Wir ziehen unsere Sachen an Und gehen jetzt in die Stadt Und die sind diese Straße Runter gerannt Es gibt ein Video davon Das haue ich euch in die Pferde Ich habe das auch gesehen Das ist so lustig Die sind so als Gruppe gerannt Die sind richtig gerannt Und ganz hinten war so ein Pony Das ein bisschen kürzere Beine hatte Und das war wirklich so wie Leute wartet mal auf mich Mann Wartet doch mal Dann war die Polizei auch da 30 Meter weiter hinten Hinter der anderen Pferdegruppe Ich dachte ja Die sind von Appassionata Oder so ausgebrochen Ja Das dachte ich auch Das war so Messegegend Gefühlt da hinten Oder? Ne Das ist nicht Messegegend Dann habe ich das Video so gesehen Und dachte so Krass die sind aus ihren Nightlinern Bei Appassionata rausgesprungen Das hier Leipziger Straße hoch Alter da hoch Leipziger Straße hoch Und das ist so geil Weil ich habe das Video gesehen Ich habe mich so bepisst Die spacken da lang Und du siehst richtig so Die sind so Freiheit Und die haben alle ihre Deckchen an Das sieht aus so wie So heute machen wir mal einen Ausflug Zieht eure Jacken an Und es wurde keine Person verletzt Aber ein Pferd hat gegen einen Ford getreten Und stell dir mal vor Du bist da im Auto Aber ein Pferd hat den Hat einen Mercedes-Stern abgetreten Ich habe gehört Der Buschfunk Genau Ich wollte gerade sagen Der Buschfunk hat mir gesagt Dass der Ford Das Pferd vorher angehubt hat Also fair enough Meiner Meinung nach Pech gehabt Alter Hup mich noch einmal an Ja okay Und dann haben die so die Mercedes-Sterne abgemacht Und sich da so Ketten draus gemacht Und sind jetzt so die Gangster Ja Leute ihr denkt immer in Chemnitz ist nichts los Aber bei uns rennen Pferde Nimm einfach das Das ist für mich Das ist für uns eine Meldung wert Ja Und das ist die perfekte Geschichte Für Für Leute Um zu verstehen Was wir immer meinen Mit diesem Chemnitz ist eine Mischung aus Stadt und Dorf Also gestern Pferde aus irgendeiner Koppel Es wurde sich In unseren Gruppenchat Ja Wurden sich ständig TikToks hin und her geschickt Wo Leute im starken Sex sich die Pferde filmen Ich lade eins in die Story What the fuck dicker Alter Üstliche Pferde Dicker What the fuck So und diese TikToks habe ich gestern auch den ganzen Tag angeguckt Es ist so geil Ich musste wirklich so lachen Ich fand es Hammer Und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten Das waren die News aus Chemnitz Viele wünschen sich auch mal Chemnitz Content Das ist mir schon mal aufgefallen Deswegen Viele Leute wollen Wollen das haben Tja Und wir sind hier vor Ort für euch Eure zwei Reporterinnen Aus Chemnitz Ja Das dachte ich erzähle ich mal Nee, das war schön Das hat es auch mit großer Freude erfüllt So, ich habe jetzt eingangs Hatte ich darüber geredet Dass ich ja gerade in der Apotheke tätig bin Ich bin quasi Ärztin Ich teste dort Leute auf Corona Ja Das wissen ja jetzt mittlerweile schon alle Ich rede ein, zwei Mal im Podcast darüber Und jetzt langsam Mir schlottern so ein bisschen die Knie Die Schlinge um meinen Hals Die wird enger Weil ich so denke Ah, ob es das noch so lange gibt Und ich denke so Ah, ich weiß nicht Ob ich bald vielleicht meinen Job verliere Mein Ehrenamt Klar, nicht mein Job Mein Ehrenamt verliere Und habe gedacht Okay, was kann ich denn Was kann ich denn noch machen Was hat denn die Mini-Job-Welt in Chemnitz Was hält die für mich bereit Und da habe ich was sehr Interessantes Von einer Freundin Anna gehört Liebe Grüße an der Stelle Und das ist so geil Und wirklich Ich hoffe, du bist genauso passioniert darüber wie ich Und zwar Es gibt einen Job Das ist bisher in Chemnitz noch nicht möglich Aber in Dresden, Magdeburg, Potsdam, Augsburg, Heidelberg und FFM Die machen das mittlerweile schon Und zwar Nina, jetzt halte ich fest Und ich will das so unbedingt machen Du kannst in diesen Städten, die ich gerade aufgezählt habe Deine Augen sind ganz glasig, weil du dich so trägst Als Studierende Kannst du Tramfahrerin werden Wie? Ich könnte Wenn ich jetzt in Dresden wohnen würde Könnte ich Also was ich brauche Ich muss mindestens 21 Jahre alt sein Check Führerschein besitzen Check Da falle ich schon mal raus Und dann musst du einfach nur ein paar Wochen Wie eine Schulung machen Und eine Prüfung im Anschluss Das ist so Da hast du in dem Lehrplan Hast du Signalkunde Ein Erste-Hilfe-Kurs Bremsweg und Beschleunigungsberechnungen Und so weiter Die Kosten für den Führerschein Also zumindest in der Stadt Wo ich den Artikel in der FAZ gelesen habe Die werden übernommen Die Übungsstunden werden nicht überall übernommen Aber an sich hast du dann den Führerschein Und dann kannst du als Minijob Als Studentin Ist geil Bahn fahren Aber was Warum gehst du in Chemnitz noch nicht? Weiß ich halt nicht Und ich habe das Gefühl Weil mir hat das auch eine Freundin erzählt Und meinte so Eigentlich ging das mal hier Ich habe das gegoogelt Habe nichts gefunden Und da habe ich jetzt überlegt Ob ich jetzt einfach mal eine Initiativbewerbung An die CVAG Chemnitz schicke Einfach da Auch einfach mal mutig sein Da einfach mal auch rein Weil Alter Stell nur mal kurz die Vorstellung Dass ich Das wäre so geil Alter das wäre Und ich würde Ihr könnt euch gar nicht vorstellen Weil die Freundin von mir war auch immer so Bei der Bahn Wenn jemand hinten einsteigt Ja Die Schlüssel kurz vorher zu machen Und losfahren Ja Ja Nein 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 Aber pass mal auf Kennst du die Leute Die immer so Bros sind Mit den Bahnfahrerinnen Die so vorne chillen Und immer sagen Hallo wenn du reinkommst Das könntest du sein Oh da hatte ich schon Beziehungen Also hier Busfahrer und die Freundin Die die ganze Fahrt vorne mit chillen Ja Und pass mal Stell dir mal vor Stell dir das mal vor Dass ich In dem Fahrerhäuschen Mal davon abgesehen Dass ich will Ich liebe es Ich liebe Autofahren Ich liebe so Und ich will eigentlich alles mal gefahren haben In meinem Leben Und bei so Es gibt übrigens viele Gefährte Wo du so einen übelst teuren Führerschein machen musst Es dauert übelst lang Bla 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 Aber das Das klingt so geil Und ich würde das so gerne machen Das wäre auch cool für mich Und ich glaube ich habe so ein bisschen Angst gehabt Dass ich die schlechteste Bahnfahrerin der Welt werde Weil ich ja immer übelst Mitleid habe mit allen Und dass ich dann alle die noch angerangen kommen Immer noch rein Immer so Ja okay Oder dass ich so nachts so bin wie Wo musst du denn aussteigen Und dann so auf der Hälfte nochmal Deswegen musst du dir auch so eine Sonnenbrille aufsetzen Viele haben ja so eine schnelle Brille auf Das ist ja so geil Damit die so tun können Als ob du Ja Wenn du auch immer vor der Manchmal möchte man ja über die Straße gehen Und dann steht auch die Bahn Und machst du wie Das fährst du schon los Safe in der Ausbildung lernst du das auch Teil der Grundausbildung Wo man so ist wie Warte mal Fährst du jetzt oder kann ich noch rüber gehen Und die Person in der Bahn guckt dich so an wie Einfach leer Leerer Blick Keine Ahnung Weiß ich nicht Es ist einfach ein Leerer Blick Und das ist ein Pokerfass Blick Der ist safe Dann läufst du los Und dann klingelt dir Die führst du an die Bahn Ja Das könnte ich sein Stell dir das mal vor Dann hab ich eine Uniform von der CV AG Mit einem kleinen Schlips Da hätt ich einen Schlips an Nina Na aber Findest du Wie wär's denn Wenn wir so Da hab ich so eine Ledertasche Und dann lauf ich Die Stadt auf Arbeit Wenn wir so ein Powerkabel machen Und ich werd Kontrolleurin Ja Und ich bin immer in der Bahn Und kontrollier die Leute Du bist richtig streng Ich bin richtig streng Alter Bei mir gibt's Das ist mir scheißegal Auch so bei älteren Älteren Leuten Die sich aussehen Oder Leute die Die einfach Weil alles auf Fucking Deutsch Die Sprache nicht verstanden haben Und sich Anstatt einer Kurzstrecke Your Ausweis Your Ausweis Ich brauch deinen Ausweis So bin ich dann I need your Ausweis Ähm Why don't you have a bill in here Ne da bleib ich lieber You need a bill Pass bill Ich bleib Äh ja genau Wo ist deine Unterschrift Äh ich brauch das Ich geh lieber wieder Auf die andere Seite Ähm und zwar Die Person die schwarz fährt Schwarz fährt Ähm Dann hab ich vielleicht Einblicke in die Lotta ich will die ganze Zeit Was sagen man Ähm ich möchte Dass du mir dann so eine Karte organisierst Ja Weil ich bin Das ist wie die Karte Ich bin eine passionierte Bahn- und Busfahrerin Weil ich ja kein Ich hab keine Flappen Ne keine Flappen Flappen Ich hab keinen Führerschein Also man sagt immer Wenn man seinen Führerschein Verlegt sagt Sind die Flappen weg Ich brauch Äh ich hab keinen Flappen Ich bin angewiesen Auf die CVAG Ähm Und deswegen Äh entweder werde ich Kontrolleurin Oder du besorgst mir mal so ein Ja Aber das Ding ist Wirklich Ich will Ich würde das so gerne machen Ich hab natürlich Ne Ähm Ich hab ja noch so ein zweites Projekt Ähm mit so einer Band Ne Klar Das ist jetzt mal hier Lauter Nina Ich äh Johann Ich kann leider nicht mehr zu Rock am Ring Weil ich ähm Hab Ich hab da eine Fahrt reingekriegt Ich hab da Dienst Kann ich nicht absagen Ich muss damit auf vier Hutholz fahren Ich kann leider nicht Da fahre ich Da hab ich die Nachtschicht Und fahre die ganze Zeit von der einen Händigkeit Ich würde das Aber wirklich unironisch Ich würde das so Gern arbeiten Und ich würde auch übelst gern Aber halt so Weißt du Ich brauch so flexible Arbeitszeiten Am besten wäre für mich so Bestimmt gar kein Problem Die Woche vorher Ey wirklich In dem Artikel den ich gelesen hab Da hat die geschrieben Die legen das voll aus Weil die ja wissen Das sind StudentInnen Dann sagen die halt Ey Eine Woche vorher Gibst du deinen Dienstplan ab Und ich hab das gelesen War so viel Das ist Ein Dream come true Weil du ja übelst Viele Personen beförderst Ja Also du bist ja nicht in deinem Auto Trotzdem bei der Bahn Du hast ja Du Du An sich ist das ja Beschleunigen Abbremsen Ich weiß nicht was es ist Du scheinst es zu wissen Ja Ich bin quasi schon fertig Wenn Lotta privat Bahn fährt Steht die immer Hinter dem Hinter der Scheibe dort ganz vorne Beim Fahrerhäuschen Fahrerinnenhäuschen Entschuldigung Was ist das Und dann atme ich immer so da ran Und das sind so Abdrücke von deiner Nase Und deiner Hand Weil du so an der Scheibe gläst Alter ich würde das so gerne machen Ja aber Aber du unterstützt mich da Natürlich Weil ich glaube ich werde jetzt mal eine Initiative Ich werde erstmal Einfach eine Bewerbung schreiben Mein erster Schritt wird sein Ich rufe mal dort an Und sage ey Ich habe das gelesen Ich hätte mega Bock Können mir ein Angebot machen Wo rufst du da an? Bei der CV AG Im Infopoint Wo man sich über Na klar Ja klar Die wissen bestimmt Bescheid Ja klar Ja aber dann geben die So ist es doch Nina Du weißt doch wie es mit anrufen ist Dann wirst du da an die Person Zack Habe ich einen DB-Chef Am Telefon Okay das hat glaube ich gar nichts damit zu tun Egal ich glaube ich arbeite dann für die CV AG Du bist dann immer auf Veranstaltungen Wo auch manchmal der DB-Chef abhängt Alter stell dir das mal vor Abhängt Mit so einem Schlips Und dann habe ich so einen Schlüssel An so einem Gummi Der so Flap Wieder an meine Hose zurück Schnellt Na und am geilsten Ich glaube ich wirklich das Grüßen Wenn jemand dich so Ja Wenn jemand dir gegenüber ist Und du so Mit zwei Fingern an die Schläfe Und dann so Pssch Gute Fahrt Gute Fahrt Bruder Pssch 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 Alter das wäre so geil Und dann kann ich nur so Hang loose bro Ja Und dann gibt es Es gibt bestimmt Es ist bestimmt wie Auf dem Skateplatz Es ist so Skater, Scooter BMXer Gibt es so Teams mit so Tram, Bus Und die Überlandzüge So Ne Überlandzüge Wie heißen das Diese kleinen Busse Wo nur 912 Leute reinpassen Diese Kleinen Transport Irgendwas Ja Es gibt Teams Und ich sehe mich schon Mit den Tram-Leuten so Komm ich so in Speiseraum Ich wollte gerade irgendwas sagen Dann hast du mich unterbrochen Mir ist gerade nämlich noch ein Gedanke gekommen Sorry Und all die zu Ich kann Oh das ist so geil Ich würde das so gerne machen Da kann ich eine Durchsage machen In der Bahn Das soll ich sagen Hier den Döner kannst du draußen essen Ne ich dachte Die Dame da hinten Mal bitte den Döner zumachen Ich würde das so gerne machen Ja ich dachte du sagst dann auch immer so Zu unserer Rechten Genau Ich würde das verbinden Das sogenannte Karl-Marx-Monument Nächste Erhaltestelle Weißt du Das wäre so geil Da fällt mir gerade ein Wenn du sagst Nächste Erhaltestelle Ja Dass wir letztens Also durch Zufall Sag ich mal Haben wir ein Erotik-Hörspiel mal angehört Es hat uns reingespült Es hat mich Also ich war einfach Keine Ahnung Ich habe Schaffel gemacht Es kam einfach Keine Ahnung was da passiert ist Auf jeden Fall So ein Erotik-Hörspiel Weil ich das interessant fand Wie sowas funktioniert Weil an sich ist es bestimmt Gar nicht so verkehrt Wenn man quasi jetzt nicht Wie bei einem Porno Visuell schon alles vorgegeben hat Sondern dir wirklich eine Geschichte erzählt wird Und du dich da so reindenkst Und das quasi so ein bisschen auch noch Deine Fantasie Deine Fantasie Deine Fantasie freien Lauf lässt Sag ich mal Und da haben wir das so angehört Und das ging Keine Ahnung Es war einfach ein bisschen lame inhaltlich Weil Wir haben auch nur den Trailer gehört Brigitte Und Marcel Und Marcel Sind am Wochenende wandern Und gehen dann über den Berg Und dann hat er so eine Wanderhose an Und sie begutachtet seine dicken Wanderwarten Und dann gehen die sich eine Abkühlung Im Bergsee holen und so Und dann pimpern die im Bergsee So Das war ungefähr der Inhalt Wo es ist wie Ja Keine Ahnung War Meine wildest Fantasie War jetzt einfach Blöd Ausgesucht Von mir Also von meinem Algorithmus Und auf jeden Fall Wollte ich sagen Haben wir das so angehört Und waren so Okay da geht es ja viel um die Stimme Und aber die hat auch Während die zum Beispiel Der Satz war Marcel Marcel läuft den Berg Den steilen Berg Wanderweg hoch Und ich schaue auf seine dicken Wanderwarten Und das hat sie aber so Und das hat sie aber so Marcel läuft den eng geschlungenen Wanderweg hinauf Und ich begutachte seine Waren So haben Und vor allem jedes Wort Und wir waren immer Und wir waren wirklich alle so Aha Und dann den ganzen Tag Spart ihr doch vor allem Spart ihr doch diese Na die haben wir so Du guckst mich an Und fragst mich nach der Uhrzeit Ich sag Es ist zwölf vor dreizehn Es war halt so Es muss halt übelst viel so Angestöhnt werden Ja Und was soll ich sagen Ich fand das Ich hab den ganzen Tag dann so geredet Verstörend Ja ja Fand ich geil Ich find's aber gut Dass wir das dann ablegen konnten Bis zu dem Punkt Dass wir hier den Podcast Und ich wollte jetzt Na das Ich hab das nicht gebacht Also ich kann mir vorstellen Dass das geil ist Und geiler ist Als so So irgendeinen stumpfen Porno Sich reinzuziehen Also weil Das ist Ich keine Ahnung Das geht teilweise eineinhalb Stunden Also so eine richtige So ein Erotik-Hörspiel Mit einer richtigen Dramaturgie Dann gibt's auch welche Ey da gibt's bestimmt auch gute Wir haben jetzt vielleicht auch Einfach eins gehört Was jetzt nicht so gut gemacht Ja da gibt's auch Es gibt auch BSDM BDSM BSD DSDS DSDS Hörspiele Zum Beispiel Ja Aber das war Das war auf jeden Fall auch BSDM Das war interessant ISD ISBN ISBN ist das auf dem Büchern hin drauf ISBN Hörspiel Es gibt doch ISBN Das sind die immer so Null Drei Das ISBN Du ziehst den Strich Wartenkont Drei Über den Sensor Null Bip An der Selbstverdienungskasse Null Bip Drei Fünf Bip Lass mal den ISBN Podcast-Folge aufnehmen Ich finde das ist eine sehr gute Idee Und apropos gute Ideen Ich hab einen ganz kleinen Mini 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 Pitch Ich weiß nicht ob es genau ein Pitch ist Aber Ich fahr mal ab Die Kategorie Ich weiß nicht ob es genau ein Pitch ist Oder eher ein Tipp Ich hab mir einfach nur überlegt Dass du zum Beispiel nicht fragst Hey Hast du meine Jacke gesehen Sondern direkt Wie zwei drei Fragen überspringst Und einsteigst mit Ob du meine Jacke gesehen hast Weißt du dass du anfängst Und das ist jetzt mein Pitch Dass du anfängst mit ob Dass du zum Beispiel Im Club zu einer Person gehst Und sagst Ob du meine Nummer willst Und die Person denkt dann so Ah fuck der hat bestimmt schon Zwei drei Mal Also weißt du Du überspringst Das Peinliche Ich muss die Frage nochmal wiederholen Aber das ist wohl weniger peinlich Ja Weil Es ist einfach Ich kann mir vorstellen Wenn jemand Wenn ich jetzt zu dir sage Ob du mir ein Eis ausgibst Dann bist du so Yes sir Yes ma'am Weißt du Dann machst du es einfach Und dann Das ist ein Pitch von mir Und ich sitze Angsterfüllt dir gegenüber Bei unserem Eisbächer Nicht angsterfüllt Ich glaube das ist Vielleicht auch ein Psychologischer Trick von mir Weißt du du sagst einfach Ob du Weißt du Das war auf jeden Fall Ein Pitch wert In meinem Kopf klang das Übelst besser Es geht auch übelst oft so Dass in meinem Kopf Sachen besser klingen Ja aber ich finde Es ist Also klar Es klang in meinem Kopf Auf jeden Fall besser Aber ich finde es Trotzdem keine schlechte Idee Weil ich finde es lustig Wenn du sagst Ob du Weißt du Immer so leicht Passiv-aggressiv Läuft man natürlich Durch den Tag Man lasst es sich zu oft machen Generell bei allem Bei allem was man so macht Einfach ein bisschen Passiv-aggressiv Ne also das fällt mir gerade wieder Ein Chemnitz-Ding ein Apropos passiv-aggressiv Oder Ich glaube Entweder ist es ein Chemnitz-Ding Oder es ist ein Facebook-Kommentarspalten-Ding Wahrscheinlich eine Mischung Was beide Ich habe jetzt letztens Ich habe über die Chemnitzer Platte Hier geredet Im Podcast schon mal Ja Fress woanders Und so Dieser Tonfall Das war auch immer so Ja Also Und Also eine Scheiße Überwachst du Was ich aufregen kann Und ich finde das ist wirklich Manchmal habe ich Lust Na gut Da haben wir wenigstens was davon Weil unsere ZahnärztInnen Ne Unsere Zahnärzte Dann hier schön Profitieren Profitieren davon Ja Schön Und da wirklich Ich finde manchmal Oder ein weiterer Teil der Amerikanisierung Toll Applaus Applaus Ich finde Ich 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 habe Facebook wirklich Ich bin nie auf der Startseite Ich lese mir da nie Sachen durch Ich habe das nur wegen Messenger Weil es ein paar Leute gibt Mit denen du halt nur da schreiben kannst Und Wir kennen zum Glück eine Person Die sich da wirklich Liebend gern in den Kommentaren Aufhält Und das liest Und uns dann immer Bescheid sagt Wenn es da wieder was Lustiges gibt Und da bin ich auch dankbar Weil wenn du das nur liest Da wirst du doch Traurig einfach Es ist auch kein Problem Von 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 Facebook Noah Ich denke es ist eine Kombination aus Facebook Also so einer Internet Plattform Es ist ein Problem An Chemnitz Wie die Leute auf Dinge reagieren Ja Weil das ist so eine Ich weiß nicht Ob das Also Egal was du Schreibst Es ist Scheiße Ja das hatten wir schon mal mit So Feuerwehr rettet Katze aus Baum Wie teuer war das Wie bezahlt das Da steuert es auch Und dann kommt noch Es sind auch oft Plattformen Das ist so Sind Plattformen Wo ich finde so Moderiert doch ein bisschen mehr Ja Mann Irgendwelche Zeitungen in Chemnitz Nachrichtenportale Moderiert doch ein bisschen Eure Kommentarspalte Weil Am Ende Ist es oft so Dass Keine Ahnung Geflüchtete schuld sind An allem Genau Und dann wird den Arschlöchern Da das Feld Überlassen Genau Und da tummeln sich die Und ganz viele mit so Irgendwelchen Ja Profilbild Bannern Wo man dann schon weiß Aus was für einer Ecke Die kommen Oder Ja ich bin NPD-Wählerin Auf dem Profil Und du bist so Alter Wenn hier Weil ich bin ja Auf Facebook Und kommentiere da Die ganze Zeit dagegen Ja Facebook ist für mich Wie Ich gehe manchmal Logge ich mich ein Bei Blond Und dann sehe ich so Ah ein neuer Kommentar Von Rainer Und da steht dann so Oh geht euch bitte Umbringen Oder so Verrecke Und dann lösche ich den Und dann gehe ich wieder Raus auf Facebook Und das mache ich so Alle zwei Wochen Und das ist so Es passiert ja auch nicht viel Bei uns auf der Plattform da Ich vergesse es auch Dass es die gibt Aber wenn ich mal reingehe Dann ist immer so ein Kommentar da Irgendwo Und das ist Schön Das ist natürlich Ein tolles Tolles Ende Für die heutige Folge Sorry, dass es heute so chaotisch war Aber habt ein Herz Es ist Folge 129 Des grandiosen Podcasts Da muss man dabei gewesen sein Dem Podcast von Nina und Lotta Der Formation Blond Abonniert, liked Drückt die Glocke Gebt uns eine Bewertung Ihr könnt uns auch bei Instagram favorisieren Falls ihr das vergessen habt Man kann bei Instagram Kann man quasi einstellen Dass man Ich glaube auch, dass es ein Glockensymbol ist Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher Kann man einstellen Dass man eine Benachrichtigung bekommt Wenn eine Band Entweder einen Beitrag teilt Oder eine Story teilt Da kann man sich entscheiden Damit man das nicht verpasst Also weil wir gucken ja in die Insights Wir sehen manchmal Erreichen wir gar nicht alle unsere Follower Kann man auf jeden Fall machen Und heute könnt ihr Um uns Im Kampf gegen den Algorithmus zu unterstützen Könnt ihr was kommentieren Und zwar kommentiert ihr heute Schreibt einfach Ja Warte mal Wir beenden einfach unsere Unterschrift Von dem Bild mit Lebt denn der Alte Und dann müsst ihr immer schreiben Holzmichel noch Holzmichel noch Holzmichel noch Also weißt du aber immer nur Holzmichel noch Nächster Kommentar Holzmichel noch Nächster Kommentar Holzmichel noch Dann Yeah Also es muss hinhauen Man muss gucken Was die Person vorher macht Genau Man muss gucken, was die Person vorher geschrieben hat Damit die Lyrics sich perfekt aufdröseln Genau Ich denke, das ist eine super Aufgabe zum Schluss Wir haben euch lieb Macht's gut Und Ja Bis bald Tschau Macht's gut, Leute Bye-bye Tschaußen. Tschüss. Tschüss.